Wir machen uns auf zu Geist Nummer 2 beim Verwalter, der heute wieder einen neuen Geist hat, der sich aufgemacht hat. Wichtig ist, keine tägliche Aufgabe, also wenn ihr den Geist von gestern noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch gerne heute beide direkt zusammen machen. Aber er hat gesagt, der neue Geist befindet sich in Silverglade, das nämlich ganz wunderbar restauriert wurde. Also auf nach Silverglade. In Silverglade angekommen, finden wir beim Marktplatz, also direkt hier in der Mitte bei 186,88 vor unserem guten Ratsmann, steht dann hier der Geist mit dem grünen Ausrufezeichen und hat seine Aufgabe und hat dann für uns wieder mal seine tägliche Sache, die wir bei ihm machen müssen. Und er sagt ganz klar, du suchst jemanden, tja, ich kann dir nur sagen, dass ich es nicht bin, du solltest dich umhören, vielleicht kann dir hier jemand helfen. Und wir müssen jetzt hier diese unterschiedlichen Geister anhören und die haben jeweils eine gewisse Aufgabe für uns, die sich dann hier immer aktualisiert. Das erste ist nämlich keine Brille, dann hohe Reitstiefel und das nächste als Information ist dann nämlich das Ganze, was wir hier noch bei der Person bekommen werden. Und diese Information ist damit die letzte, die dritte Information. Dann haben wir hier noch unsere vierte Information, das wäre nämlich mittellange Haare. Das heißt, wir suchen jetzt jemanden mit mittellangen Haaren, der Long Sleeves hat. Also gucken wir das Ganze hier an, das hier nicht. Das hier wäre hohe Reitstiefe, das könnte die Person nämlich dann hier sein. So, dann machen wir einmal das hier, bam. Und da haben wir unsere Person und dann damit auch den Geist für heute. Einfach nochmal die Quest annehmen. Es geht zurück zur Festung und wir haben damit unsere Belohnung für heute. Wir machen jetzt den Geist für heute. Vielen Dank.